Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWelt. Heute habe ich mal wieder ein Update zur Amazon-Aktie dabei. Hier ist auch wieder ein bisschen was passiert. Wir schauen uns an, was die aktuellsten News sind und gehen dann auch natürlich gemeinsam wieder auf den Chart zusammen ein. Das Ganze wie für euch immer kurz, knapp und kompakt. Also bleibt dabei, wird auf jeden Fall spannend. Und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktiviert, um hier kein Video mehr zu verpassen. Weiterhin habe ich für euch dieses Jahr deutlich mehr Content geplant. Ich bin jetzt auch auf Instagram und ganz, ganz neu auf TikTok unterwegs. Also hier auch gerne mal vorbeischauen. Scannt euch den QR-Code, seid ihr direkt auf meinem TikTok-Kanal. Da bringe ich ein bisschen anderen Content, beziehungsweise einfach unterschiedlichen Content, dass ihr nicht überall das Gleiche seht, sondern da so ein bisschen, ja, auf Creator-Ebene ein bisschen anders gemacht. Und so allgemein Finanz-Content, den ihr hier auf TikTok seht, also mit allumfassenden Themen, sei es Miete, Immobilienmarkt, also so allgemeine Finanz-Themen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, würde mich mega freuen, wenn ihr mich auch da unterstützt. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein mit dem aktuellsten Newsflow hier bei Amazon. Es geht jetzt hier auch so ein bisschen um neue Partnerschaften und die AWS-Cloud von Amazon, die bietet langfristig auf jeden Fall weiterhin viel, viel Potenzial. Und das Wachstum ist so ein bisschen schwächer als erwartet ausgefallen, dennoch wächst man weiter und man hat auch hier neue Partner für AWS gefunden und um hier am Unternehmen Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Mobilfunkstandard 5G auch verkaufen zu können. Und AWS hat hier eben von Amazon hat Telefongesellschaften wie T-Mobile US und auch die Muttergesellschaft Deutsche Telekom als Partner gewonnen, um eben hier private Mobilfunkdienste für Unternehmen anbieten zu können. und die Cloud-AWS, die Unternehmen hier mit Rechenleistungen und Datenspeicherung unter anderem versorgt, versucht fortschrittliche und ratlose Netzwerke auch als Ersatz für Wi-Fi, zum Beispiel in Büros und an allgemeinen Arbeitsplätzen zu verkaufen. Und weitere Partner sind zum Beispiel die japanische KDDI, die französische Orange, also Orange kennt ja glaube ich auch jeder von euch als Anbieter, und auch die spanische Telefonik, also schon sehr, sehr große namenhafte Anbieter und damit möchte man das ganze Thema jetzt vorwärts bringen. Und private Netzwerke sind eine der großen Bereiche, in denen AWS die Cloud-Dienste ausbaut und auch die Einnahmen für die Zukunft weiter steigern will. Das Geschäft, das liefert hier einen großen Teil des Gewinns von Amazon, obwohl sich das Umsatzwachstum, wie gesagt, so ein bisschen verlangsamt hat, aber langfristig ist es auf jeden Fall eine Sparte, die weiter wachsen kann. Und wie gesagt, diese Partnerschaften sind auf jeden Fall ein positiver Hinblick auf die Zukunft und auch mit der Verbreitung von den 5G-Mobilfunknetzen können Unternehmen hier die interne Konnektivität weiter aufrüsten und Wi-Fi ist gut für die heutigen Anwendungen, hat aber eben irgendwo seine Grenzen und 5G ermöglicht einfach eine präzisere Ortung, niedrige Latenzzeiten und es bietet auch eine große Bandbreite für fortschrittliche Anwendungen, wie zum Beispiel auch autonome Roboter, wo man 5G mitbraucht, hier in der Fertigung zum Beispiel. Also ganz, ganz spannendes Thema. Das war so die aktuellsten News hier rund um Amazon aktuell. Ich bleibe für euch weiter mit dabei. Schreibt mir jetzt auch wieder gerne unten die Kommentare, ob ihr Amazon in eurem Depot habt, vielleicht auch einen großen Sparplan als großer Stützpfeiler im Depot. Würde mich mal brennend interessieren, wie ihr das Thema seht. Dann schauen wir uns hier natürlich auch die Aktie an und sie ist jetzt ein bisschen gesunken, unten aber insgesamt zurückgekommen. Wir kommen von Kursen von 77 Euro her, stehen aktuell bei 89,41 Euro, sind hier weiterhin über der 50-Tage-Linie. Das sollte auch unsere nächstgelegene Unterstützungszone sein. Nächster Widerstand wäre hier die 200-Tage-Linie. Langfristige Unterstützung hier eben im Bereich um die 77-Euro-Marke bildet auch das aktuelle Jahrestief aus. Jahreshoch haben wir hier bei 153 Euro. Da sind wir noch ein gutes Stück entfernt, aber grundsätzlich ist Amazon wieder ein Mittel- bis Langfrist-Invest und ich bin gespannt, wo die Reise weiter hingeht. Werde für euch, wie gesagt, aber immer mit am Ball bleiben und auch die aktuellsten News für euch rausgeben. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne kostenloses Abo da, aktiviert noch schnell die Glocke, um hier kein Update mehr zu verpassen. Würde mich echt freuen. Und schaut doch auch gerne mal auf meinen anderen beiden Kanälen vorbei, sowohl Instagram als auch in TikTok. Ist auch ein ganz spannender, anderer lustiger Content mit dabei und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!